Wer die königliche Hochzeit von Prinz Harry mit der amerikanischen Schauspielerin Meghan Markle vor Ort in Windsor erleben möchte, muss mit verschärften Sicherheitsmaßnahmen rechnen. Es werden über 100.000 Besucher in der Stadt erwartet, was die örtliche Polizei vor eine ihrer bisher größten Herausforderungen stellt. Es ist wichtig zu erwähnen, dass keine bestimmte Bedrohung für diese Veranstaltung besteht. Laut Geheimdienst wird die Veranstaltung nicht besonders ins Visier genommen. Aber die Leute sind sich der Grausamkeiten in Großbritannien im letzten Jahr und in den letzten 18 Monaten in Europa bewusst. Straßensperren werden errichtet, um den Ort abzuschotten, Spürhunde der Polizei werden im Einsatz sein, damit der Hochzeitstag für alle sicher und reibungslos abläuft.